hallo liebe freunde heute um 11 uhr haben wir den kauf von 10 uhr unser blanche rainbow der eigentlich das deutsche zeit abschließen müsste noch im bild stehen denn jetzt möchten wir noch zusammen den kauf öffnen von dominik aus seedorf wo wir auf jeden fall hoffen dass wir hier weitere rainbow karten finden oder sogar gold karten denn ich glaube im englischen fehlt mir noch die ein oder andere karte um das englische auch ins richtung master set zu bringen aber das sehen wir heute abend denn das kommentar dass wir uns versehen haben die master set welches abgeschlossen ist lässt mich nicht in ruhe wir können sehen wir haben nichts mehr drin was war denn das ein rad karton kann man der kauf von dominik aus seedorf ist damit geöffnet die karte werden wir auch einmal aus der normals lief rausholen packen sie wie alle karten bei pokémon in die perfect zeit lief und ich weiß selber nicht was wir haben drehen wir das ganze jetzt genau so haben wir hier richtig ein liter king wie full art auf englisch damit haben wir eine weitere karte im englischen set vervollständigt lücke gefüllt und das war's heutige heutige opening zu pokémon go ich hoffe euch hat gefallen und ihr seid um 17 uhr mit dabei werden wir den pokémon go binder mit dem master set auf drei sprachen präsentieren auch mal zusammen durchgehen wollen welche karten fehlen hier oben an der hallo oder noch die küsse noch drum bleibt ein ball schaltet wieder ein abonniert gerne und ich habe da kommentiert bitte und sehen wir uns dann wieder um 17 uhr let's go and come on catch it all euer pokémoni